Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist mir wirklich eine sehr große Freude, heute unseren Antrag zu Global Gateway einzubringen. Und ich sage Ihnen auch warum. Ich halte es für absolut notwendig, dass wir als Europäerinnen und Europäer unseren Way of Life verteidigen und uns aktiv und selbstbewusst in der Systemkonkurrenz gegenüber gerade China positionieren. Und wir von der CDU-CSU-Fraktion haben uns in den letzten Monaten immer wieder gefragt, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Ampel, ob sie die Notwendigkeit zu handeln auch endlich sehen. Und ich muss wirklich sagen, als ich am Montag ins Handelsblatt geschaut habe, war ich, das möchte ich mal sagen, positiv überrascht. Da bringen wir unseren Antrag ein zu Global Gateway. In der letzten Woche setzen wir ihn auf. Und zack, wenige Tage vor der Debatte, landet ein Geheimpapier von Ihnen dazu in der Presse. Und endlich äußern Sie sich hier konkret und öffentlich. Und das ist wirklich ein wichtiger Prozess. Und vielleicht darf man das vor Weihnachten auch einmal sagen. Das ist wirklich ein vernünftiger und demokratischer Prozess. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, man darf auch noch Wünsche haben vor Weihnachten. Bitte beschleunigen, und das meine ich sehr ernsthaft, beschleunigen Sie Ihre Prozesse, wenn es um das wichtige Feld der Außen- und Sicherheitspolitik geht. Das ist uns wirklich ein ganz großes Anliegen. Sie haben sich, wenn man mal zurückblickt, wirklich Zeit gelassen. Schon vor über einem Jahr hat die Europäische Kommission die Initiative Global Gateway vorgestellt. Ziel ist es darin, 300 Milliarden an öffentlichen und privaten Geldern bereitzustellen und damit Europas Rolle für globale Infrastruktur zu stärken. Und das ist ein richtig guter Plan von der Europäischen Union. Bisher, das muss ich hier niemanden groß erklären, dominiert China das Feld. Mit der Seidenstraßen-Initiative über eine Billion US-Dollar sind schon investiert. Im Gegenzug sitzen dann chinesische Politkommissare in den wichtigen Häfen, zum Beispiel in Djibouti. Und diese Häfen werden dann über Straßen, die natürlich auch die Chinesen gebaut haben, mit Ressourcen aus dem Hinterland versorgt. Kurz gesagt, China hat es bereits lange geschafft, Infrastruktur global zu denken und ganz klare Vorteile für sich daraus dann auch zu ziehen. Und wo, liebe Kolleginnen und Kollegen, stehen wir in diesem Wettbewerb? Im Sommer dieses Jahres haben wir dazu, wie es sich für die Opposition gehört, eine kleine Anfrage gestellt zu diesem Thema. Wir hatten Sie unter anderem nach konkreten Projekten gefragt, die die Bundesregierung im Rahmen von Global Gateway unterstützen würde. Wir hatten gefragt, welche Projekte Sie aktiv einbringen wollen. Ihre Antwort darauf war damals, Sie können es nachlesen, wirklich nichts. Es gab leere Phrasen, es gab Verweise aus Gesprächsrunden, aber wirklich konkrete Projekte oder eigene Initiativen, komplette Fehlanzeige. Aber dafür gibt es ja auch uns und immerhin, Sie scheinen daraus, und das ist die frohe Botschaft vor Weihnachten, gelernt zu haben. Nachdem wir diese kleine Anfrage gestellt hatten und diese Plenardebatte nachgeschoben haben, bewegt sich endlich etwas. Es gibt endlich konkrete Vorschläge, das finden wir gut. Und es gibt auch einen Fokus auf Leuchtturmprojekte, damit zum Schluss nicht nur die zwei, drei Kilometer chinesischer Autobahnen immer im Vordergrund stehen. Und da kann man zum Jahreswechsel feststellen, der Druck aus der Opposition wirkt. Doch, liebe Kolleginnen und Kollegen, eine Schwalbe oder ein Artikel im Handelsblatt macht natürlich noch kein Frühling. Wir werden versprechen, an dem Thema dran zu bleiben. Uns ist das sehr, sehr wichtig. Bitte machen Sie auch entsprechend Druck in Brüssel und setzen Sie die Projekte, die Sie jetzt angekündigt haben, um. In diesem Sinne, frohe Weihnachten! Wenn die Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020